So, Tagchen nochmal. Kleines Head Swapping Video. Dieser Kopf soll auf diesen Körper rauf. Und für den anderen Körper dachte ich mir, nehme ich den Kopf hier einfach. Sieht ja auch ganz cool aus. Ihr kennt das Spiel. Ich habe schon mal alles vorbereitet. Wir haben alles vorbereitet hier. Kopf rein, Bitter rein, Alette drin. Und heißes Wasser rauf. Zack. Beziehungsweise ist es jetzt nicht ganz kochend gewesen, sondern schon ein bisschen ausgekühlt. Aber trotzdem noch heiß genug. So, warten wir mal kurz ein bisschen. Ich muss natürlich wieder stoppen, weil sonst dauert das alles zu lange hier. Und dann melde ich mich gleich wieder. So, mal schauen. Zwei Minuten sind ungefähr vergangen. Müsste eigentlich reichen. Ach. So, jetzt ist das mal falsch. So, ich will praktisch von dem Körper auf diesen Deluxe Elite Körper den Kopf rauf machen. Ne, sieht man ja, wa? Ah. Und das geht super ab. Wunderbar. Müsste auch hier super rauf gehen. Müsste. Jawohl. Und geht auch. Cool. Und somit habe ich eine, ja, wie sagt man, eine Figur, die es so nicht gibt. Weil die gibt es nur mit diesem Körper. Also der ist zwar gleich der Körper, aber es ist eben eine Elite. Also sprich Deluxe Bewegungskörper. Dieser bewegt sich nicht. Und ich habe den so noch nicht gesehen. Und selbst wenn, muss ich mir jetzt nicht mehr kaufen, sondern eine Kappen einfach. Cool. Er kriegt jetzt einfach so provisorischerweise einfach den Kopf hier rauf gesetzt. Wenn es gehen würde. Geht nicht ganz, aber ist fest. Ha! Und sieht eigentlich ganz schön cool aus. Das ist hier, ähm, Chris Jericho. Von früher. Sieht der echt cool aus. Könnte man so ja direkt, ja, alles abschrubbeln. Dann sieht der auch ein bisschen aus wie Brock Lesnar. Ja, ich lasse es jetzt erstmal so. Das soll es gewesen sein. Für das kleine Head Swapping Video. Ihr habt es hier sehen, wie schnell es geht. Also insgesamt, ich weiß jetzt nicht, zwei Minuten, drei, vier Minuten hat das gedauert. Und wir haben jetzt praktisch hier einen neuen Körper für den Brock Lesnar Kopf. Der, der sich auf jeden Fall mehr bewegen kann. Der Körper. Ihr seht das. Oh. Fällt natürlich hier alles um. Ihr wisst ja, was ich meine. Er kann sich einfach mehr bewegen. Und er hat jetzt einfach diesen Körper. Ist ja auch nicht schlecht. Man könnte ihm sogar die Tattoos weg machen. Dann hat er wirklich einen richtig coolen Körper. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Gut. Das soll es gewesen sein. Kleine Head Swapping. Und ja. Macht's gut. Brock Lesnar. Yeah. Darum ging es eigentlich. Und viel Spaß beim Video. Tschö.